Norddeutscher Rundfunk 2021 Sie müssen sich ausklinken, sonst bringt der Arm mich zu weit raus! Hören Sie mich, Sie müssen sich konzentrieren! Ich verliere gleich Sehnskontakt in der Zahl, Sie gucken gar nicht, Sie müssen sich ausklinken, ich kann Sie nicht mehr sehen! Sehnsen Sie sich aus! Jus, Sie sind in Kontakt zu uns, das Don verloren! Sie sind in Kontakt zu uns, das Don verloren! Hören Sie mich? Ja, ja, ich höre, ich bin aufgedreht! Ihre Position? Ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich drehe mich zu schnell, ich kann nicht mehr! Gehen Sie mir in Ihre Position? Wie viel, es geht nicht, ich kann nicht mehr! Was sehen Sie? Hab ich doch gesagt, ich sehe nichts! Können Sie die Explorer sehen? Nein! Sehen Sie die ISS? Nein! Sie müssen sich konzentrieren, ganz egal, was komme, Erde, Ihre Koordinaten, Ihre Koordinaten! Hören Sie sich? Sie atmen zu recht nicht, Sie verbrauchen zu viel Sauerstoff und das wollen Sie nicht! Oh! Ne... Oh! No data, Noیا… Wo ist Ihr Zuhause, Dr. Stone? Leck, Seric, Illini! Gibt es da unten jemanden, der an sich denkt, wenn er nach oben schaut? Ich hatte eine Tochter. Ein kleines Mädchen mit braunen Haaren. Sag ihr, dass ich nicht aufgebe. Untertitelung des ZDF, 2020